Mehr als 5000 Tonnen Atommüll brachten deutsche Energiekonzerne ab den 70er-Jahren zur Aufbereitung ins französische La Arc. 97% dieses Abfalls sind bereits zurück in Deutschland. Über die restlichen 3% gab es lange Verhandlungen. Nun steht fest, das hochaktive Material soll bis 2024 nach Deutschland transportiert werden. Der Vertrag mit dem französischen Atomkonzern Orano hat ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017